Moin, ich bin's, euer Sidney. Herzlich willkommen zu Autobild, das Magazin. Heute haben wir eine echt coole Sendung für euch. Es geht um Sportwagen, um Tuning, um Luxusautos und natürlich, wie in jeder Sendung, um Elektromobilität. Das Duell, Elektro gegen Benziner. Wir testen den VW ID.Bus vor Marktstart. Hat er gegen den klassischen Multivan die Nase vorn? Es fühlt sich irgendwie sportlicher an. Wenn du sonst halt einen Bulli fährst, du sitzt halt wirklich oben auf und das ist hier ganz anders. Also er ist wirklich direkter vom Lenken her. Und der 700 PS starke Rolls-Royce Ghost. Hit oder Tuningsünde? Der Samthandschuh, in dem der Rolls-Royce sonst steckt, der hat eine echt kräftige Faust und 700 PS und 950 Newtonmeter können einem ordentlich in die Magenprobe fahren. Und gleich zu Start hauen wir richtig einen raus. Der neue Porsche 718 Cayman GT4 RS. Ich meine, schnell ist er. Mit 315 Spitze. Aber der Sound, Leute, der Sound ist irre. Also dreht die Boxen auf, weil unser Redakteur Jan Horn lässt es richtig krachen, um herauszufinden, ob so ein GT4 RS der beste Rennstrecken-Porsche aller Zeiten ist.